Zusammen mit dem Kinderschutzbund haben die technischen Betriebsdienste Reutlingen zur Spielzeugbörse eingeladen. Auf dem Betriebshof der TBR konnten die Besucher nicht nur Spielsachen jeglicher Art, sowie aktuelle Kinder- und Jugendbücher, CDs, DVDs und gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung erwerben. Neben verschiedenen Sportgeräten wie Fahrräder oder Tennisschläger standen auch Reisebetten, Kinderwagen und Stühle oder Autokindersitze zum Verkauf. Die Einnahmen aus der Tischmiete kommen dem Kinderschutzbund Reutlingen zugute.